Hallo liebe Leute, wir sind hier in unserem Keller in Hollenburg, wo der Chardonnay a la Francaise entsteht, den wir im letzten Herbst mit dem Charlie Roll geerntet haben. Der Charlie Charlie Roll ist der Önologe aus Frankreich, der das macht und ja, it's very good to have you here and to really experience the French way of winemaking here and yeah, I wanted to ask first, can I taste something? With pleasure. Thank you and so we have here the wine maturing in the barrique and so wanted to ask you how was the vintage 2017 so far for you? Well so far so good. I think we had a chance to have a gastronomic vintage at 17 because we managed to have big acidity and at the same time big structure. So it makes a very nice balance and very elegant so far. So very happy. Okay, very good. Yeah, we just, also wir haben gerade die verschiedenen Chargen hier probiert. Das ist wirklich ein sehr spannender Wein, auch wenn er noch jung ist jetzt, hat er schon, hat eine schöne Frucht und aber auch schon Struktur und ja, wir sind sehr gespannt, was da weiter passiert. Es ist noch Zeit, aber es lässt Großes erwarten. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und freue mich auf bald wieder. Ciao! 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 You're very fantastic, dude! You're very fantastic, dude! You're very fantastic! Thank you! Vielen Dank.